Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Runde Star Wars Battlefront 2. Diesmal spielen wir Helden vs. Schurken, das heißt vier Helden gegen vier Schurken. Und an meiner Seite sind Hightougar, Venkor und Arschente. Viel Spaß euch! So, guck mal. Erste Messung... Was? Was? Achso. Erster Drittel 2018. 18,4 Körperfettmasse. 18,4 Kilogramm. Möchten die ja hier, oder? Sonst kommt gleich wieder ein Lair um die Ecke und fragt, 48,4 war's, Äpfel? Äh, Äpfel, Birnen. Eben, ah. Und dann haben wir am 08.07. Also vier Monate später, schon nur 13,4 Körperfettmasse. Und die letzte Messung am 19.09. sind es dann nur noch 11. Hörst du das hier? Hast du was dran hier? Hörst du das? Die Packung von meiner Milka-Schokolade. Du bist ein Wichser. Vor allem haben wir da jemanden, der freiwillig Finn spielt. Und es tut mir leid. Finn ist in diesem Spiel absolut nicht gebalanced. Der ist so schwach. Hast du was gegen Schwarze? Nee, ich hab nur was gegen Finn. Ja, weil er schwarz ist. Sag's doch einfach. Weil er schwach ist. Also ich bin bereit. Ich bin voll bereit. Also wir spielen jetzt erstmal Helden versus Shogo sozusagen. Okay. Oder nicht. Ja, ne? Meinetwegen. Ja. Wie geht der Modus nochmal? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ich bin nur die Bösen. Ja, was? Ich krieg den Imperator. Ich nehme mir das, was übrig bleibt. Können wir mal bitte ein bisschen meine Star Wars Zitate appreciaten? Appreciaten? Appreciaten. Of life. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Of life. Kleiner Spleaser. Kleiner, nee, der smarte Boy of life war das. Smart, smarte Boy of life. Texte-Milie von der Zeit of life. Okay, Leute, ähm, wen nehme ich denn? Gute Frage. Wer lernt's noch? Nimm den mal. Keine Ahnung, warum nicht. Ja, ihr wollt, die sind... Ne, was ist denn? So, sonst geh ich als Lieblings-Karakter. Nein. Warte, ich kann doch wen anders nehmen. Nein. Nehm einfach mal. Doch, doch, jetzt sind schon wieder hier jetzt nämlich mein Favorit. Hallo, kannst du jetzt mal bitte Darth Maul nehmen? Mir ist zu spät. Hallo, ich muss... Ich bin auch immer drin. Nehmt halt Jascha, ne, Jascha nehmt eigentlich immer Boba Fett, ne? Ey, ich bin wieder aufgehoben. Dann könnt ihr doch einfach tauschen. Was bist du? Bin wieder im Hauptraum. What? Kannst du wieder steuern gehen? Du bist aber voll, du bist in Warteschlange-Position. Eins. Hä, benötigt Spieler eins. Nix. Es ist im Laden. Im Laden? Ob sie immer Boba Fett oder Darth Maul genommen haben. Was? Hast du Darth Maul oder Boba Fett genommen? Was? Hast du Darth Maul oder Boba Fett genommen? Ich habe doch gar niemanden genommen. Aber doch, ich habe Boba Fett, oder? Nein, sonst immer. Ja, bei mir ist... Im Hintergrund steht Boba Fett. Ja, nein, den habe ich ja schon... Pfff, Alter, was ist denn... Was, bist du krank? Was haben wir denn? Ja, weißt du, du nimmst jetzt Boba Fett und ich nehme Darth Maul oder was? Ja, genau. Oder? Ne, du kannst doch Boba Fett nehmen. Nehme ich ja Boba Fett. Wer nehm ich denn? Weil ich ja so fett bin, ne? Weil ich so viel Milka-Schokolade esse. Da muss ich aber auch einen Typ mit Pistole nehmen. Nein, nehm doch Darth Maul. Was ist denn erstes Problem? Du hast doch genau eine Sekunde Zeit, die zu entscheiden. Ich glaube, er hat Boss genommen. Er hat auch nicht schlecht. Ne, er hat Darth Maul genommen. Aber das ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Aber das ist auch gut. Ich bin das Ziel. Was müssen wir denn alles machen überhaupt bei dem Modus? Ich kenne ihn nicht. Der kann nicht fliegen. Ich glaube, ich muss... Wir treffen gleich auf die... Warum hab ich nur noch so wenig Leben? Ich bin zu dir. Ray ist in dir. Ja, das ist gut. Oh. Noll. Hä, wo ist sie hin? Hinter der Box. The break is done. Ray is low. Ray is down. Jetzt müssen wir mal angreifen. Ja, jetzt auf Lande. Jetzt auf Lande. Schnell. Los, meine Freunde. Macht ihn platt. Ja, ist abgehauen. Ähm, ich hab ein Problem. Äh, Boba kann unendlich... Boba kann unendlich fliegen. Ne, kann er doch nicht. Es gibt einen Glitch mit dem neuer Dings. Ja, ich seh's. Tschüss. Au, oh, ich bin... Warte, 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 nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ah, ja, ich hab... Das war... Ja, 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 natürlich. Ray is ziemlich low. Ich bin das nächste Ziel. Ja, ich bin gestorben. Ist das gewesen? Oh, und ich spawn... Mmm. Na? Ist so laut. Sorry. Dufti. Geiler. Wir schießen auf mich. Ey, die kommt zu mir. Die kommt zu mir. Die kommen zu mir. Warum kommen die zu mir? Weil die muss ja... Wollen, dass wir zu denen kommen. Ähm... Nein, hallo, es tut doch dein... Okay, tschüss. Er ist tot. Ach, da hinten ist... Oh, hallo. Ich hätte dir mal geholfen. Guck mal, den machen wir mal platt. Lass ihn mal töten. Cool. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ah, noob. Ah, Yoda ist low. Ah, Yoda ist so low. Ah, Yoda stirbt. Ah, ich muss aufhören. Lass mir jetzt aber nicht den Kill, oder doch? Kleiner... Kleiner schwarz-rot tätowierter Mann. Hast du etwas gegen schwarz-rot tätowierter Männer? Ja. Ich hab was gegen Sabrax. Aua, ich bin tot. Für den Rassismus wurde ich getötet von Raiden. Oh, oh, lol. Ja. Das fand ich nicht witzig. Tschüss. Leute, hallo, hier ist euer Boba. Hallo, hallo. Hallo, guck mal, hier ist Lando. Lando Carizia, der kleine, kleine Afroamerikaner. Ist, nee, ist ja kein Amerikaner. Was sagt man denn da? Der, der, der farbige. Das ist schon alles nicht so ganz einfach mit dem Rassismus im Star Wars Universum. Aber ich glaube, der ist ziemlich präsent. Der Rassismus? Ja, ist es wirklich. Also so im Imperium zum Beispiel, die sind ja echt extrem rassistisch. Oh, Ray, hast du gedacht, hast du gedacht, Ray. Weil das Imperium hat ja auch gedacht, dass Menschen viel, viel geiler sind. Also Twi'Lex zum Beispiel wurden ja auch fast klar. Jetzt, hör doch mal auf, Mann. Das ist meiner. Das ist einfach gut auf die Brauchtel. Alter, kann ich bitte mal ein Kill. Seid wirklich, ich zünde meinen Raketen. Das ist das Arschend. Und alles ist tot. Das ist meiner. Meine. Steht da dein Arme drauf? Ja. Als ob. Ach, komm. Wie geht's, Leute? Ja, war doch. Mega Runde. Eindeutig spannend. Ja, ist spannend? Ja, ja. Trinkst du nur. Das ist ja spannend. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mannen. Leute, das war's mit Star Wars Battlefront 2. Heldens schurken. Mit Yasha, Hytoga. Und, äh... Ich fahre nach Darm, da lassen wir uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann warst du zu spät. Dann warst du einfach zu spät, Hytoga. Dann warst du einfach zu spät. Dann bin ich jetzt einfach aufgehakt. Hytoga. Hytoga mit D. Hytoga. Hytoga. Ich hab nur eine Kiste. Hytoga.